That's the way you do it! Hey Leute, Aleb hier und heute mal mein allererstes Kollaborationsvideo, um ehrlich zu sein und diesmal mit Streetmagic BRZ oder beziehungsweise Nick von Streetmagic BRZ und wir hatten uns das jetzt so gedacht, dass ich zwei Performances mache für ihn und auf seinem Kanal meine Tutorials dann landen und umgekehrt und zudem ist auch auf seinem Kanal ein Gewinnspiel online, von daher könnt ihr da mal schnell vorbeischauen, der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung und ohne großem rumzulabern kommen wir dann jetzt erstmal direkt zur Performance des ersten Tricks. Für den Trick ziehst du hier erstmal irgendeine willkürliche Karte einfach drauf tippen, nimm sie raus, guckst du dir an, merkst du dir, hast du ihn in die Kamera gezeigt? Ja, ich hoffe ich kann sie Ihnen anvertrauen. So, für den Trick brauchen wir auch zwei Helferkarten, das wären in dem Fall die beiden Joker. Vergewisse dich erstmal, dass das nur die beiden Joker sind. Keine Karte irgendwie dazwischen, keine Falltüren dran, was auch immer. Sagst du irgendwo Stopp? Stopp. Okay, du hast deine Karte drauf. Genau. Und wie gut merken, ne, Zuschauer sehen die Karte auch nochmal. Und du hattest die beiden Joker überprüft, da war jetzt nichts irgendwie komisch dran oder sonstiges. Die waren halt nur etwas sprunghaft, hast du ja gerade am Anfang gesehen. Und das Coole ist, wenn du die beiden Joker nimmst und noch einmal machst, schaffen die es durch dieses sprunghaftes Verhalten, deine Karte zu finden. Nicht schlecht. Ja, und das war Click Witch bei Dennis Wienokurov.